Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso, diesmal mit einem Informationsvideo. Es ist Wochenende und ich wollte hochladen und was ist passiert? Ja, Leute, es ist ja zum Lachen. YouTube-Service unavailable. Ja, was geht denn da schon wieder ab? Ich habe da jetzt überhaupt keine Ahnung, warum das so ist. Anfangs ist mir aufgefallen, dass überhaupt keine Response auf die Beantwortungen der Kommentare kam. Und da haben sich einige beschwert, dass sie keine Antwort von mir bekommen haben. Aber das stimmt nicht, die Antworten wurden geschrieben, nur weitergeleitet wurde das nämlich. Und dann ging es ja auch schon weiter, schauen wir mal nach. Da habe ich die Anmerkungen in die Videos reingepackt, weil das ziemlich lang war. Und da ist nach Kategorien geordnet. Was war da? Odessity am Anfang, Fallout 3. Dann war der YouTube-Channel und ja, was weiß ich. Und was halt immer dabei ist. Und ihr seht hier, Error Loading Annotations. Was geht hier ab? Habe ich mir gedacht, okay. Kann sein, dass die Karten wieder am Berkeln sind. Dann probieren wir halt was anderes. Ja, ich probierte hochzuladen. Das ging nicht, ja. Dann wollte ich rein in den Videomanager. Und ihr seht, Service not available. Service unavailable. Dann hochladen. Da hängt sich die ganze Seite auf. Und alles, was mit persönlichen Kontakten zu tun hatte, ist auch ein wenig kritisch. Es wird zwar abgespielt hier. Und schauen wir mal rein. Ich wollte da kurz mal nachschauen. Ups, ups, was ist denn da jetzt? Die bauen schon wieder, ja? Nicht verfügbar. Was ist denn da, Leute? Ja, ich habe da jetzt überhaupt keine Ahnung mehr, ja? Ja, ich komme da nirgends mehr rein. Das wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Wenn ihr die gleichen Probleme habt, einfach mal posten. Sobald ich hochladen kann, werde ich das Video hier auch hochposten. Aber irgendwo kam ich jetzt mal rein. Startseite, Fungamer, blablabla. Egal. Egal. Es ist nämlich so, YouTube-Service unavailable. Das wollte ich nur gesagt haben. Wenn ihr euch wundert, warum jetzt von mir keine Videos kommen, dann ist das der Fall. Ich habe keine Ahnung warum. Vielleicht sperren die mir den Kanal. Kann auch sein. Aber wahrscheinlich bauen die wieder am Wochenende. Ich habe da keine Ahnung. In diesem Sinne, habt ihr Erfahrungen damit? Habt ihr das schon auch erlebt? Und was geht da ab? Schreibt es einfach rein. Und ja, wir sind ja so und so keine Partner wie Österreicher. Also, vielleicht haben sie die Leitungen über die Berge gekappt. Ich habe da wirklich keine Ahnung. Da hat man mal Zeit, was zu tun. Und ja, kann das nicht. So geht es einem. Leute, dennoch noch viel Spaß. Ich mache das Video gerade am Wochenende. Wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Oder einen schönen Wochenanfang. Wann auch immer ich jetzt die Möglichkeit habe, das hochzuladen. Und ja, hoffe, wir sehen uns bald wieder. Euer Toso. Ciao. Ciao. Ciao.